Hattest du auch schon mal, also wurden dir auch schon oft Zähne gezogen und hattest du schlechte Zähne oder hast du auch noch schlechte Zähne jetzt? Ich habe keine einzige Zahnfüllung, ich habe auch keine Wurzelbehandlung. Das einzige was man mir gezogen hat, sind meine Weisheitszähne gewesen und da war ich noch 20. Und hast du jetzt noch schlechte Zähne oder gute? Keine Zähne. Es gibt auch keine schlechten Zähne. Da gibt es jetzt dieses Video also schlechte Zähne sind ein Irrglaube auf YouTube. Kennen sie YouTube? Ja. Ja, kannst du es auch hier anschauen.